So, wir sehen uns mittlerweile an Ellys Garage und vielleicht kriegen wir jetzt gleich unser erstes Fahrzeug Was ist das hier eigentlich? Ammo Dump? Munition aufschönen Ajo, warum nicht? Es ist dasselbe wie vorhin Ah, ja, ok, cool Ähm, wo müssen wir da hin? Ah, da hinten rund Elly! Ah! Ach du Scheiße! Ah, die ist doch, die ist doch hübsch Dich goldisch Dich süß Du bist viel goldisch Dich süß Elly, Desert Rose Horny Four Rockets, ne Quatsch Horny Four Rockets Äh, wo ist er denn? Alter, Schede Ist das ein Koloss Huuh! Das Rad ist praktisch gut, ne? Haha, nice Du hast gehört, dass wir hier in der Gegend seien Schön, dass Lilith neue Leute hat Ich bin Ellie Hey, warum blotzt du mich so an? Wow Du bist echt ne Wucht Man braucht einen Armee, um zu nieten Wie charmant Lilith meinte, du brauchst ne Karre Die verfluchten Kultisten haben wir alle gestohlen Macht's dir was aus, eine zurückzuholen? Dann kann ich dein Catch a Ride einrichten Und danke für den Besuch Und danke für den Besuch Dieses Catch a Ride ist dieses System quasi das ähm Ja, du kannst dann immer Autos dort spawnen Ah ok Nimm mein Fahrzeug Stuhl dir ein Fahrzeug Was? What the hell, was geht denn da hier ab? Ja, ich seh Hahahaha Du wirst dich an meinen Normen erinnern Ich hab' Ich hab' Beutezwerg glaube ich Ja, ein Beute Beute Tag helfen wird Der ist jetzt nicht mit Zwerg, der ist ein Tag Der verliert dann ganz viel Beute Der kann dir auch Waffe stehlen und sowas Theorie Ok Crazy Shit Ok Wo ist er denn jetzt? Nehme, 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 nehme Also Brände Was ist das Rote? Ah, das ist sofort gesündert, ok? Ne, will ich da so dumm oder eh? Hahaha Geiler Chance Ja, wie ne Zeug Wir sind nicht, während ich nachlade Es sind leider viele kleine Scheine, aber Uuuu Lorda Jetzt das Grün ist noch zu bell Hey Ok Der nächste bitte Uuuu Ok Nice Convenient Oh Was ist das? Hallo? Naw Guck Wann müssen wir da hin? Quasi alles weiter hoch und uns so durch kämpfe Wo ist das? What the fuck? Ah, was ist das wieder? Das war wieder diese Einladung. Huah! Ja. Ich müsste mal nachladen da. Achtung, oh! Bam! Oh, da kommt er wieder! Ah, Psycho! Psycho-net! Haha, geil! Ah, das ist gut, die Waffe jetzt, ne? Warte, ich hab mich nicht Scooty erwischt da jetzt. Äh, woooooh, ich muss den hier kaputt machen da, den Dicken. Ah, das ist doch perfekt für meinen! Wuhu! Right! Warte, schon direkt weiter. Ach, haha. Äh, in der Mitte steht, in der Mitte steht ein leeres. Du kannst aber auch eins stehlen von denen. Irgendwie. Okay, äh, ja. Bäm! Oder kaputt machen! Bäm! Ich bin noch paar Meter vorne dran und, äh, will Begegner. Uh! Okay! Ich komme! Ich komme! Ich komme! Ich komme immer noch wieder! Bäm! Ich komme! Ich komme! Der will hier reinfahren, aber es geht nicht. Haha, wir können jetzt einfach hier stehen bleiben. Hahaha, was ein Lippkopf! Ich renne die Mitte und hol mal so... hol mal das andere. Okay. Ich loote mal der Wisschen. Loot! 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 What is that? Ich muss dich vorwarnen und die Steuern von den Dinger ist richtig scheiße. Also ich mag es nicht. Ich mag Leute... Oh Gott, leck das. Ich kann ihn nicht fahren jetzt. Gott, leck das. Komm mal her. Alright. Oh Gott. Oh Gott. Ich kann ihn nicht sagen. Ach ist... ja, okay. Die leckung ist echt ein bisschen... strange. Ist sehr gewöhnlich, das tut längst quasi so wie du schiehst. Fährst nach vorne und nach hinten und ansonsten längst du quasi in den Blickfeld. I can't deal with this shit! Roar! Oh doch. Es geht. Wo müssen wir denn hin? 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 oder? Fahr das Fahrzeug zu Catch a Ride. Stefan, bist du noch da? Wouuu! Hopla! Ja, 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 sorry. Ich kann leider jetzt gar nicht schießen. Wow, damn! Ich könnte jetzt schießen während du da zugange bist. Aber es geht so jetzt nicht. Im Moment schieße ich, ne? Ja. Guck mal, hinter dir. Du musst du an diese... Oh ja. Sieht aus wie ne Tankstelle. Musst grad abstellen. Ja. Just like that. Nice! Oh, süß weg. Bei mir warst du grad noch da wo jetzt dieser Gegner herkommt. Huh? Komm her! Ja! Ja, so. Das ist mir schon ein Problem. Oh, blaue Waffe! Baba! Wo seid ihr? Ja. Oh. Wo? Oh. Wo? Habt ihr das gesehen? Geh mal zurück, dass die Alien an einer Linie... Oh! Nice! Alter, rutscht die Waffe weg! Ich weiß aktuell gar nicht wie weit es aktuell vom Level geht. Oh! 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 so jetzt können wir uns entscheiden ob man zuerst diese nebenmission noch schnell machen oder dann machen wir erst die hauptmission machen wir die nebenmission dann wenn wir wenn wir außerhalb der aufnahme sind weil die nebenmission ist ja meistens etwas hier mit lenke ich okay so lenke ich jetzt jetzt verstehe ich endlich wo ist er denn hin das muss ich bis auf dem app denke ich gucke wo eigentlich hin muss kunst status begibt dich zur heiligen rundfunkstation besorgt den cover karte es kann sein dass wir hier jetzt direkt schon das gebiet wechseln deswegen hätte ich eventuell erst das andere gemacht aber ach so okay ja gut dann müssen wir es machen wir holen wir die die sachen da noch das waren ja nur noch drei stück ja let's do this ich bin jetzt mal so freien wechsel die schlechter empfangen ich hab schon ich hab schlechter empfangen du hast schlechter empfangen wenn du L1 zwisch kannst du booste ja L1 wuuuuhuuu alright die straße da führt direkt zur heiligen rundfunkstation fass auf diese selbsternannten zwillingsgötter auf man sagt Tyreen Kalypse seit der Starischau ihr Bruder Troy macht die Propaganda für den Kult was ist das? oft kann ich noch beides auf ammo machen öffnen die Falltür wie komm ich wieder raus hier aus der Kiste? äh Kreis oh ja ok jetzt 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 hey ihr macht mal ein Auto kaputt ihr habt keiner öff irgendwie muss man das Ding doch ausziehen perfekt so böse wuh hebt uns Auto noch oh du brennst ich soll von irgendwo runter springen ah ok ich versteh schon ich kümmere mich dumm öh doch oh Rewe ich komm ich kann nicht springen es leckt so sehr dass man verspringen kann warte ich komm ich komm doch gar nicht hoch du musst auf diesen Vorsprung ja ich auch nicht ah jetzt 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 siehts gut aus oi jetzt gehts bei mir auch oh alter da ist ne Toilette geil zack ok das haben wir ich hab offen ich springe vorne so wo sind wir denn oh das ist ein Gegner Dörf ich stehen hier? yes tot ich glaub wir können weiter oder? ich musste erstmal gucken wie ich hier rauskomme wo bist du? ah du bist unten ah ja come out come out wherever you are wohooo here i am hier du hast da den guten shit entdeckt du hast da den guten shit entdeckt ne alte waschmaschinen dingens oder? was ist das hier? ja du kannst ja alles was proben waschsalon crazy shit ok let's go hier gehts wieder hoch ok ok i am on my way 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 ich gehst mit hoch oh wie? wow ja fall doch weiter der ist tot der ist ja tot nevermind 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 wo ist man denn hin da? uuuuuh oh da ist der nächste punkt uuuuh dieser psycho hat einen schicken root was das? hol ihn direkt root sehne einfach mit ihm wer? wo? wo ist er? hallo wie gehts dir an diesen wunderbaren tagen? ich behalte dich im auge keine plötzlichen bewegungen keine sorge kumpel ich halte die schwimmen mit dieser mächtigen kappe auf meinem kopf fern okay geil ich brauche diesen hut oh nein nein ich könnte mich nie davon trennen jetzt nicht du musst erst die schüsseln zur übertragung der gedankenkontrolle zerstören sie senden stimmen in mein gehirn du hast denn mein gehirn? zerstöre diese sendeschüsseln ich brauche diesen hut jetzt? äh äh da oben ist doch ein schüssel ah da oben ich spüre wie die gedankenkontrolle nachlässt ah ok wir müssen ah da sind noch mehr komm mal dahinter ja zerstöre weiter die schüssel damit ich endlich diese schwimmen loswerde äh wie viele borderlands das ist borderlands aber ich renne diese richtung da ja wir müssen bei dem kabel wieder her oder was? ach schluss guck mal ohne ist noch also nördlich ist noch eins und südlich ist noch eins ich renne grad nach nader dann renne ich Richtung Süden bestimmt da auch irgendwo drauf ja da fahrt auch noch einer mit dem auto rum ach der liebe zeit ich muss sagen ewig ewig weit laufend das ist ja gehen wir mal auf die karte oder wie komm ich denn da hin? wie komm ich denn da hin? äh hallo? hey ich werde da drin ist es was das wir gebrochen können zieh mal nach oh 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 okay ich hab das im süden ich würd fast sagen ich hole den den onkel Nuffet ab ne alter ah ich bin noch nicht ne warte mal oh Gott ich hab oh ne ich bin es oh Gott aber hey ich will auch action got some problems got some problems du kommst hier nie rein gehört der zu uns da oder was ist da los? oh oh ich krieg'n ich hab'n ich hab'n okay nice so jetzt müssen wir es eigentlich abgeben können da komm'n sie geh'n geh'n porno heftchen genau so genug der fanfaren ich hab' zu tun sprich mit sit okay wir können also weiter hier geht ordentlich brauchst du das den Hut? äh ne ich muss noch mal mit dem Typ schwitze okay dann renne ich schon mal in die Richtung ich denke zwar äh komm du besser mit ich kümmere mich um die Gegner oh yeah oder wir beide kümmern uns um die Gegner und he 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 let's fuck em all ein willkommener Anblick let's fuck em all ich hol' die Kiste wir fahren rüber wenn das Ding im guten Winterkreis hat wenn das Ding im guten Winterkreis hat Jaaaaaah pfff Let's go! Oh! Fuck! Das erinnert mich immer wieder an GTA, wenn wir zusammen da rumgenüßt sind. Ah, echt klasse! Vor allem anlebt den Arbeiten! Ah, hol! Hold up! Ah, pow! Hold up! Now hold up for a sec. Hol dir den Hut? Oh, I hurt yourself. I hurt you. I hurt you. Ich hab dich gehurtet. Oh! Jetzt ist er böse. Okay. Okay, er ist tot. Hol dir jetzt den Hut! Okay, er ist tot. Nett, dass man das vorher von den Händen machen könnte. Ja, eigentlich schon die ganze Zeit. Komm in! Oh! 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 Okay, er sieht aus als hätten wir... Boop! Noch zurück zum Klappi! Geil, Alter! Geil! Oh, ich hab einen Skillpoint, sehe ich gerade. Also... Hey, you! Bebib label hat die Quale! Ich kann mich nicht entscheiden! Du musst für mich aussuchen, Rickrude! Mein Luck liegt in deinen Händen! Vervollständiger mich! Okay! Das heißt, wir können jetzt eigentlich weiter. Aber ich hab noch einen Skillpoint, den bin ich noch vergeben. Und zwar hätte ich jetzt gerne, ja, das weiß ich. Mose ist aktuell für jedes angelegte Ausrüstungsteil. Ich habe noch einen neuen Kopf gekriegt. Was ist denn ein Ausrüstungsteil? Die aktuell ausgerüstete Waffe erhält für jedes angelegte Ausrüstungsteil, das den gleichen Hersteller hat einen Stapelbonus. Das ist, wenn du eine Waffe von Jakobs hast oder sowas. Ne, das macht eigentlich noch keinen Sinn, glaube ich. Okay. Du versuchst dann, ich weiß nicht, ob es später Schilde gibt, die die gleiche Marke machen, als die Waffe. Also je mehr so ein Z-Bonus quasi dann. Okay. Okay, jetzt können wir weiter machen, oder? Jo. Aber du musst leider fahren, weil es lag viel zu sehr, als dass ich jetzt irgendwie fahren kann. Bei mir guckt es doch alles. Wo? Hier können wir gar nicht hin. Was? Wo müssen wir ausrum? Ja. Wo müssen wir ausrum? Ja. Wo müssen wir ausrum? Wo? Ah, jetzt. Durch. Oh. Ja. Du näherst dich einer historischen Markierung von Typhon de Leon, dem ersten Kammerjäger. Ja, wir müssen auf der Suche nach der erikischen Heimatwelt verschwunden. Ich suche alle Informationen, die von ihm standen könnten. Ja. Das ist eben. Da hoch. Also jetzt quasi gleich links. Da hoch. Ja genau, die Richtung. Und also noch weiter vorne. Dann mach du den Navigator. Ja. Ja. Das ist zum Markus und Monizion. Da rechts. Und da hoch. Oh. Hier sind noch zwei Quests, aber die brauchen wir jetzt nicht annehmen. So. Und jetzt so hoch wie es geht. GTA. Ich leuchte. Leuchte. Ja. Ich seh, wer tut es bei Meldach. Ich versteh's gerade, wenn wir jetzt nicht verstehen. Ja, der bist host. Gutes Zeug, oder? Mein Clan ist auch darauf eingefallen. Diese Idioten. Also ich bin den Kalypsos nie begegnet, aber sie müssen die schrecklichsten blutwürstlichsten die Pandora je gesehen hat. Ich meine, mein Clan hat mich erst als Anführer akzeptiert, nachdem ich einen Kellner mit meinen Bauchmuskeln getötet habe. Was? 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 Wir können einfach direkt weiterreisen. Das ist eigentlich kein Problem. Achso, okay. Let's go. Let's. Achso, ich muss aussteigen. Hoppala. Ich versuche diesen Portal zu nutzen. schneller. Ach. Ascension Blast. Das klingt irgendwie lustig. Das klingt irgendwie lustig. weniger als die vom Zweier. Obwohl das Zweier ursprünglich auch für die PS3 gemacht war und ich jetzt an die PS4 gewohnt bin. Okay. Synchronisieren mit irgendwas. Schau mal, diese Dinger hier. Ja, das sind so Schnellreise Portale, also du kannst theoretisch von hier dann auch hin und her reisen, also. Wenn du jetzt irgendwie immer zurück möchtest, ohne so ewig. Gut. Oh, das ist sehr interessant. Gucken wir. Wo bist du? Hier, der, der, der Medizin Mensch da, der hat jetzt zum Beispiel bei mir ein Schild. Das ist episch schon. Was mir jetzt so fällt, ist, dass die Kapazität nicht so hoch ist, wie sie früher war, sondern die Kapazität, äh, die Ladeverzögerung und also die Geschwindigkeit sind etwas schneller gemacht. Früher waren dann schnell eher die Kapazität etwas höher. So haben sie ein bisschen was geändert. Ah, hier. Hier kann man wieder Auto holen. Das würde ich verkaufen. So, jetzt gehe ich wieder so raus und rüste das neue aus. Ich hab grad nichts zum Verkaufen. Der hat für mich auch ein besserer Sculptor, dieses Hyperion. Yeah, nice. Wenn du fertig bist, hier wo ich jetzt stehe, kannst du wieder Auto spawnen. Ja, Moment. Muss ich gerade mal gucken, was für Waffen ich nachher habe. Ja, ja, chill. Oh, da müssen wir uns jetzt auch wieder ein bisschen durchkämpfen. Das könnte etwas dauern. Diese Objektpunkte, ähm, sagen wie stark die Waffe ist jeweils, ne? Nehme ich an. Ich hab grad selbst schon geguckt. Ähm. Ja, der ist Schaden halt. Wo steht Objektpunkt? Oh, wenn du ins Menü gehst, ins Inventar, äh, Rutsack. Und dann hast du da zum Beispiel 111, 111, 103 und so weiter. Alle Objekte. Ich hab grad keine. Ah, okay. Ne, die sind anscheinend alle schlecht an. Verkauf ich jetzt erstmal. Du willst kein Geld mehr für Respawns ausgeben? Ich hab die Lösung. Das ziehe ich mal auf. Okay. Normalerweise ist das ein bisschen Schade und Zielgenauigkeit, Handhabung. Was Handhabung hast, weiß ich noch nicht so genau. Das ist neu. Äh, schnell ich kann nicht. Außer Handhabung erklärt sich. Ja? Wie schnell was du wechselst oder was? Wie schnell was du wechselst oder was? Ja, wechseln oder Waffe anlegen ans Auge. Weil alles auch nachher erklärt sich schon selbst. Also Magazingröße, Feuerrate, Nachladen, Zielgenauigkeit, Schaden. Und Handhabung, schätze ich, ist der Wechsel. So, ich soll ein Auto spawnen, äh, respawnen. Let's go! So, ich komm bitte dazu. Oh, ich hab dich eben, ich hab dich eben fast überfahren. Ich hab dich eben fast überfahren. Ich hab dich eben fast überfahren. Es lag so dermaßen. Ich seh alle 3 Sekunden seh ich kurze Bild und dann... Echt? Dann ist ein Schussabgabe und dann ist wieder weg. Okay, das ist totaler Abfall. Hauptsache bei dir läuft es flüssig. Wenn ich jemanden schieße, ist es halt fast. Ja. Geronimo! Wow. Geiler Scheiß. Okay, begib dich zur heutigen Rundfunkstation. Da gehen wir mal hin jetzt. Räumen wir mal auf. Ja! We are the... Oh shit! Oh fuck! Da bin ich hin. Da bin ich hin. Da bin ich hin. Also da wo man hin will, da zieht man hin. Ganz ganz lustig. Was hier ganz arg anders ist, ist das Rückwärtsfahren. Ja, hast du ein bisschen nach innen gelernt, dann war es okay. Was schon wieder das nächste Gebiet oder was? Okay. Geht's nicht weiter. Hier müssen wir zu Fuß weiter. Schade. Aber egal, es gibt Action, oder? Nö. Mit den Publikaten und so. Okay. Und im ersten Teil, das habe ich in einem Video gesehen von jemanden. Ja, hier ist die Gottkönigin Tarin, live und direkt aus der Erde. Äh, im ersten Teil gab es auch schon einen Bruder von Denner. Wir spielen jetzt irgendwie einen Bruder von... Oder wir können einen Bruder spielen von Denner. Mit einer Familie, die wir die ganze Zeit bekämpft haben. Okay. Oh, das ist so ein Zwerg. So ein Dieb. Der Kenner hat sich eingebrochen. Der will, der will ja die Wäsche. Ja, geil. Geiler Scheiß. Das war eine unserer Feinde. Es kann losgehen. Also ganz dicke Feinde. Okay. Stirb. Ich könnte wettet, dass die diese Kammerschlüsse kriegen und sich dann irgendwie voll aufpowern und mal so damit kriegen. Weil es bis jetzt irgendwie auch fast immer so war. Oh, mein Bär kassiert. Nichts! Wer trainiert soll. Oh! Wer auf der falschen Seite steht, stirbt! Ich sammle viel zu wenig Kram ein, merke ich immer wieder da. Ich laufe einfach dran vorbei und bin viel zu geil auf alles töten, töten, töten. Überall ist Hexen. Du kannst entweder währenddessen Kram einsammlen, mit der Zeit kriegst du Auge dafür. Oder du machst es halt hinterher, dass du noch mal ein bisschen zurückläufst. Es laggt so brutal bei mir, ich hab eben meine Ulti eingesetzt und es ist 3 Sekunden später echt passiert. Das ist echt komisch. Aber selbst wenn ich Host bin, müsste das doch bei mir am Meister lagern. Weil ich ja den Upload hab. Das war in den letzten Teilen auch schon so. Das ist dann eher auf die... Auf die... Okay, das ist gar nicht gut, was ich grad mach. Ah, Mitspieler. Geht. Das ist ehrlich, dass es eher betrifft, als mich dann, oder was? Ja. Jetzt grad geht's scheinbar etwas. Nee. Du guckst auch hin und her. Gegner verlieren auf Emor irgendwie ihre Hälfte an Leben. Oh Gott. Ich seh totes Fleisch. Ich brauch mehr Money, Money. Ich hab den Typ geschaut, auf Emor war er tot. Oh Gott. Wow. Ha. Da liegt ne Waffe. Da liegt ne Waffe. Mitnehmen. Mitnehmen. Boah, das stinkt schon wieder. Was das? Mitnehmen. Wo ist noch was? Hier ist noch was. Mitnehmen. Wie mitnehmen. Mitnehmen. Wie lief man in fliegen die fünf Kilometer. Fliegen die 5 Kilometer. Lade nach! Lade nach! Was steht dir entgegne? Fertig, das müsste es gewesen sein. Sieht gut aus. Ich schätze mal, dass da uns gar ein Bosskampf kommt, willst du? Na, obwohl es jetzt nicht funktioniert. Ja, Attacke! Immer drauf! BAM! Ein bisschen so komische, kristallisierte... Gegner! Oh, wie ist das so? Unserer unfehlbaren Gottkönigin Tyreen! Die heilige Rundfunktion steht und wir brauchen für eure Weichten und Hautspenden! Aber die bringen immer wieder ein bisschen Zeug da. Oh, was zum Teufel war das? Ich glaub, wir sind noch nicht ganz da. Ja. Auf die Minimap guck, sieht so aus, als ob wir da jetzt noch so ein bisschen rumgeführt werden. Da ist jemand! Verschönung, bitte! Genau! Oh, wow. Okay, das ist jetzt nicht so. Zeitig! Oh, oh. Oh, der Motherfucker! Guck mal! Gefang! Attacke! Umm... Ich bin zu jemals. Ich bin zu jemals in meinem Leben reinkommen. Ich bin zu jemals in gerust. Und ich bin zu jemals in gewechselt. ein bad der gefühle ich glaube ich mal so langsam ein paar sache verkaufen habe ich gerade bazooka eingesammelt zeig mal her was habe ich überhaupt hier 8x10 mehr schaden mehr schaden hier bin ich mir gefällt die Waffe viel zu gut irgendetwas besonderes für mich nein ok hier was nö ok let's a go wo ist der waschtobbein im automat nee noch nicht es geht weiter yeah where is you im on the other side of the law oh oh bist du ich hab mein echtes skill gewechselt und wollte alter eis let's go ja natürlich ich bin viel zu fett für den feuch hier alter ich sehe nichts mehr wах hohohohoho die ulti ist schon cool on the legs Können wir haben, mein Freund. Ah, Mist! Muss nachladen! Muss nachladen! Boah, das kann so echt nicht spielen. Damit jetzt, wenn jetzt hören wir auf, dann machen wir einen Break für heute. Wir haben jetzt schon wieder 40 Minuten, dann würde das eigentlich auch gut passen, wenn wir vor einem Boss stehen. Vorm Boss, oder was? Ja. Aber dann müssen wir uns wieder durchkämpfen vor dem nächsten Mal, weil der Speicherpunkt dann vorher hält. Ja, das ist nicht schlimm. Jetzt müssen wir es fertig machen. Okay, dann machen wir es halt fertig. Ich glaube, das Problem ist dein Upload. Ich glaube es auch. Ui! Oh! Komm her, Stink! Der heißt nicht Tink, der heißt Stink! Wir sind gleich da. Mal ein bisschen looten hier. Uuuh! Eine Stinketonne! Oh, da war was grünes. Ach, ich bin so lootgeil, tut mir leid, Leute. Nichts, wir haben zwei Chorze. Oh. Oh! 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 5.000 Watt Base Machine, Alter! Let's give him! Was ist das? Was ist das? War das nur Waffe? Aua! Hey, da können wir verkaufen, hier! Ah, wenn wir da runter springen, beginnt der Bosskampf. Wir haben hier jetzt nochmal die Möglichkeit, Sachen zu verkaufen oder kaufen. Du hast Feinde, ich habe Munition. Und ich vergleich gerade mal kurz in meinem Inventor. Hm, die macht mehr Bumm Bumm Bumm. Nö, die sind alle schlechter. Hm. Es hat nur zwei Punkte zu verteilen. Wie schnell geht denn das hier, bitte? Oh, ja, stimmt, ich habe auch einen. Ich wollte... Was haben wir denn hier schönes, hm? Machen wir das hier. Das ist cool. Bonus Brandschaden plus 4,5%. Jeder siebte Schuss braucht keine Munition. Das ist ja irgendwie cool. Das heißt, ich bin für Schnellfeuerwaffen gemacht. Also mein Charakter ist für Schnellfeuerwaffen gemacht. Ammo Dump. Was ist das? Nix. Okay, let's go! Let's go! Let's go! Let's drop to the... Oh, da ist er! Was ist das? Mouthpiece. Sonic Doom. Geil. Ja, wir haben einen Woll. It's living in the 90s. Ach, der lebt in den 90er, 80er, alle macht einmal wieder. Oh yeah? What is it? Nobody is moving. Wo ist er denn überhaupt da? Das ist seine eigene Disco-Wing. Alles das denn bitte? I'm back. Die Musik, Alter! Ja! Au! Ah, okay. Der hat mich... Der hat mich von klein oder so. Äh, pause. Ja, ich lebe! Ich lebe wieder! Ich wollte nicht grad wiederbeleben. Ich hab nur auf so'n kleine Zwerg gewartet, was? Ah, hier gibt's Heilsachen. Ich hab hier Heilsachen bekommen. Wie sie tanzen ist das cool! Ich komme dann dran. So, er ist auf mich fokussiert. Okay. Boah! Boah! Die haben alle hier Headset aus unserer Kopfe heran. Boah! Die hören den guten Scheiß! Oh! Oh fuck! Oh fuck! Kann's sein, dass man stehen bleiben muss, bevor diese Attacken kommt. Wenn man sich bewegt. Bei den Lautspechern musst du weg. Ich geh die Musik ab. Immer da wo... Immer da wo die Ränder kommen und die Leder werden, dann sind wir weg. Ich seh's so schlecht im Moment. Ja. F*** ihn ab! He's almost done! He's done! Oh nein! Ich bin tot! Wo bist du? Du lebst du? Ja, das ist lebst du. Ohohoho, ist das cool! Boah, Arti! Guck mal, ein lila Sniper! Ich hab keine. Hier liegt eine. Jetzt hat sie nicht durchgesammelt. Echt? Wir haben die geteilte... Ja. Unterschiedliche, ja. Ja. Oh, Moment! Warte mal, die schwätzen! Wo? Ah! Oh! Äh... Jo. Die Sauen lehnen das Leben aus. Okay. Alter, guck dir mal dem seinen Wichsarm an! Das ist der gute Scheiß, Alter! Die Fremde! Die Sirene! Wie ich schon sagte, diese Karte ist jedenfalls voll im Arsch. Also nimm sie ruhig, ich hol sie mir später wieder. Du bist mein treuester Anhänger, Kammerlieb. Du weißt es noch nicht. Oh yeah? Nice! Das ist eine Sirene. Hoppla. Das ist eine Sirene. Ich wusste, dass du die Karte findest. Bring sie her und lass sie nicht durch den Ort. Es kann in Borderlands immer nur sechs Sirenen gehen. Ich habe sie einmal verloren, das reicht. Okay. Also wir haben eine Sirene, das ist eben eine Sirene. Da hätten wir schon mal zwei. Wo geht's denn raus? Ich habe... Wir müssen nur ganz kurz jetzt hier gucken. Es gibt noch Bosskämpfer eigentlich immer irgendwelche coole Kiste. Genau. Wie suchen wir diese coole Kiste? Irgendwo müsste jetzt was... Rote... Oft sind es rote... Rote Kisten. Rote Kisten! Das sind bestimmt hier oben irgendwo. Vielleicht etwas erhöht. Das sind bestimmt hier oben, ja. Irgendwo. Genau. Hier ist eine. Hier ist eine. Hier ist eine. Bei mir ist eine. Ah, mach offen. Ah, nein. Die leuchtet nur rot. Die leuchtet nur rot. Die leuchtet nur rot. Guck mal hier. Ah, hier ist die Orgel. Ist das eine Orgel? Da, da, da. Ah, nein. Das ist auch nur eine normale Holzkiste. Oh, ist die rote Lootkiste. Äh, 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 äh. No. Das ist auch noch weiter. Oh, ja. Oh, besseres Schild. Hm. Oh, Mann. Wir müssen bei mir hier entlang. Vielleicht ist er auch hier. Nee, ich hab was. Nee, was ist das? Mit Totenkopf drauf? Kann er sein? Ah, pass auf. Das ist doch irgendwo Schlüssel-Icon. Nee. Das nicht machen. Erstmal nicht. Hier ist eine Kiste mit... Achso, wenn es so eine Holzkiste mit Totenkopf ist, kannst du aufmachen. Das ist nur Geld. Nee, nee, das ist eine andere mit einem, äh, mit einem... Geh mal mit. Geh mal mit, mein Freund. Ich zeige dir. Ich geh mit. Zeig schon mich. Du hast schon nicht tot im Kopf. Oh. Oh. Ein Totenkopf. Doch, ein Totenkopf. Aber ein leuchter Totenkopf. Oh. Oh, das ist der. Letz. Geld. Ah, nee. Wir können das benutzen. Der tote Kopf ist... Kopf ist da rein. Kopf in einem Glas. Wahrscheinlich nicht das Verrückteste, was du heute gesehen hast. Ich kann das nicht annehmen. Weißt du, zu wem der Kopf in dem Glas hier gehört? Oh, Mann! Das ist meine Kriegslord-Stellvertreterin! Weg! Meine beste Bronette! Schnapp dir den Kopf! Die beste Bronette. Nehmen. Sie müssen sie VR-mäßig verhört haben. Wir haben das bei Hyperion auch gemacht, wenn einer bei Industrie-Spionage erwischt wurde, oder jemand den Brokkolisalat aus dem Pausenraum geklaut hatte und alle Hunger hatten. Vic steckt auf jeden Fall in einer virtuellen Folterkammer. Du musst da rein und sie rausholen. Also... Rein. In den Kopf. Irgendwo beim Tor zur HRS müsste eine VR-Kontrolle sein. Immer erstmal alles annehmen und dann... Ich glaube, wir müssen anders rum. Okay. Dann haben wir auch in der Zwischen. Ich würde hier selber reingehen. Aber... Das VR-Zeug macht mich total kirre. Niemand hält meinen Körper in neue Kirre. Ich bin mir so der Anologe-Typ. Aber vorhin haben wir... ... die Zwischen auch gezeigt. Aber wir können hier auch erstmal unter Thresher oder so. Das würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen, oder? Dann machen wir hier einen Cut. Dann machen wir hier einen Cut. Dann machen wir hier einen Cut. Oh Gott, wenn er gerade geschwitzt hat. Oh! Sieben Jahre gemacht wurden. Das ist guter Scheiß. Das ist für die Outtakes. Das ist für die Outtakes. So, wenn wir die Karte haben, begleiten unsere Anhänger euch zur Aufnahmezeremonie. Macht euch für die Ankunft bereit und befreit euren Clan von Freidenkern bevor ihr eintretet. Die große Kammer ruft! Wann speichert das eigentlich immer? Wenn du ausloggst, speicherst du auf jeden Fall nochmal. Okay. Und du startest eigentlich immer am Anfang von den Levels. Wo diese Schnellreisestationen sind. Okay. Das heißt, wenn du kurz vor dem Boss stehst. Und ähm... Lads... Entschuldigung. Wenn du kurz vor dem Boss stehst und dann irgendwo speichern drückst, dann startest du ganz am Anfang vom Level wieder. Dann musst du dich wieder durchkämpfen. Okay. Na gut. Okay. Dann machen wir hier einen Cut, würde ich sagen. Dann mache ich auch Schluss für heute. Ich gehe dann rüber. Okay. Alles Lärchen. Okay.